so ich schätze mal wir waren noch mal eine viertelstunde war dann reicht das mal für heute oder für jetzt aber schon sehr viel geschafft wir haben eine wohnung zwei etagen und die sind blumen sind waren von mir ob ich hier gehe sie habe ich ja extra reingetan hier das ist was ich nicht brauche legst du mir hinten sogar steinwand da ist noch spinnnetze musst du aber eingesammelt haben ok jetzt habe ich 5 das ist Farschen. Du musst genau in die Richtung stellen, wo sie stehen soll, wenn der zum Beispiel nach links zeigen soll, musst du dich rechts stellen. Ah, okay. Nur draus setzen kann man sich nicht. Naja, ist ja egal, man hat ja ein bisschen Müsterbau, ich stelle, ja, jetzt weiß ich nur mal was ich rede. Es sind nur Musterstühle. 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 Okay. Das ist so. die stadt sieht ja auch nicht schlecht aus sowohl die energie gegeben als die energie gewonnen und die hier ist am besten schön in gold die mäßig drohe du meinst die drohe ja wuui so werden wir sehen muss man als nächstes bauen mal gucken hier ich kann truhen basteln ich bastle erst mal zwei wohin soll ich noch eine platzieren? warte mal oben bei mir noch eine ich will eine goldene finde also zwei Drohnen diese Zombies gehen auf den Sack da gehen sie schon so Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.